Serienmörder ist weiterhin auf freien Fuß und scheint es insbesondere auf Blondinen abgesehen zu haben. Irgendwie habe ich bei den Nachrichten gerade Lust auf einen Spaziergang. Ja, warum nicht? Wir können ja in dieses abgelegene Waldstück gehen. Schau dich schön und keine Menschenseele weit und breit. Schatz, ich glaube, ich laufe mal ein Stückchen vor. Ja, und am besten so, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Wer war das? Zum Glück bist du da. Ich glaube, ich habe die Kinder gerade gesehen. Ich glaube, du hast recht. Da ist er. Komm, wir müssen weg. Lauf. Oh mein Gott. Gerade noch geschafft, oder?